Hallo und herzlich willkommen zum Tippspiel für den dritten Spieltag in der dritten Fußballliga. Man sieht, es ist schon einiges los. Es muss einiges beantwortet werden, aber darum kümmern wir uns jetzt im Laufe der nächsten Videos. Genau, wir schauen erstmal zurück auf Spieltag Nummer 2, den Dominik einfach mal dominiert hat. 11 Punkte hat er sich hier geholt und somit Platz 1 für sich erobern können, sag ich mal. Ich bin mit mickrigen 2 Pünktchen abgerutscht auf Platz Nummer 3 und ja, ansonsten hatten wir noch Streiber-LP hier mit 10 Punkten und dann verlief sich das so im Sande. Elkin noch 8, Jean noch mit 6 und dann gab es halt nur noch 1 oder 2 Punkte. Und ja, mal schauen, was jetzt am nächsten Spieltag draus wird. Da beginnen wir nämlich mit Freiburg 2 gegen Dortmund 2. Der vierte zu Gast beim zwölften. Ist noch wenig aussagekräftig, ich weiß. Ja, Freiburg mit zwei Unentschieden, zweimal 0 zu 0, was mir hier schon mal irgendwie das Zeichen gibt, dass sie auch hier kein Tor machen werden. 0 zu, und ich gehe mal davon aus, 2. 2 zu 0, also für Dortmund 2. Dann sind wir bei Osnabrück gegen Wien-Wiesbaden. Schon wieder der zwölfte. Diesmal aber dann zu Gast beim achten. Ja, Osnabrück mit zwei Siegen, beziehungsweise mit einem Sieg. Genau, die haben nur ein Spiel, das erste ist ja ausgefallen. Ein Sieg in der Liga und ein Sieg im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Also gegen einen Zweitligisten. Wien-Wiesbaden mit einer Niederlage und einem Unentschieden hier reingestartet. Nein, Quatsch, auch mit zwei Unentschieden, auch zweimal 0 zu 0. Du bist gerade verwirrend, hör auf hier, DFB-Pokal. Und dann im DFB-Pokal 3 zu 0 gegen Dortmund verloren. Und da sehe ich doch leichte Vorteile bei Osnabrück und sage 1 zu 0 für den VfL. Dann geht es weiter mit dem TSV 68 München gegen Türgücü München. So, den DFB-Pokal blenden wir mal aus. Das ist gerade echt Konzentrationsarbeit. Holy Shit. Ja, gut. Aber da sehe ich tatsächlich auch einfach 1860 vorne und sage 3 zu 1 für die Löwen. Dann haben wir Magdeburg zu Gast in Havelse. Havelse, ja, beide Spiele bisher verloren. 0 zu 1 gegen Saarbrücken und 0 zu 3 gegen Duisburg. Magdeburg mit einem Unentschieden gegen Freiburg 2 und einer Niederlage gegen St. Pauli im DFB-Pokalwahl wieder. Nein, mit dem Sieg hier gegen Waldhof Mannheim. Meine Güte. Ja, komm, 3 zu 0 für Magdeburg. Dann haben wir Saarbrücken gegen den MSV Duisburg. Das ist schon so eine Partie, da habe ich irgendwie Bock drauf. Die verspricht irgendwie eine Menge, finde ich zumindest. Und wir werden viel erleben, aber es gibt dann am Ende ein 2 zu 2 zwischen diesen beiden Mannschaften. Dann kommen wir zu Zwickau gegen Meppen. Der 14. empfängt den 10. Meppen im DFB-Pokal ausgeschieden gegen Hertha. Ansonsten in der Liga mit einer Niederlage und einem Sieg gestartet. Zwickau mit einer Niederlage und einem Unentschieden. Und es wird hier die nächste Niederlage geben, denn Meppen gewinnt das Ding hier mit 2 zu 1. Dann kommen wir zu Verl gegen Viktoria Köln. Ja, Viktoria Köln sieht gerade nicht so gut aus. Im DFB-Pokal hat es noch fast funktioniert gegen Hoffenheim. Aber in der Liga gab es eine Niederlage und ein Unentschieden. Da wäre zumindest noch das 1 zu 0 gegen Würzburg geholt und einen Sieg einfahren können. Hier gibt es das nächste Unentschieden, 1 zu 1. Dann haben wir Viktoria Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern. Viktoria Berlin, komplette Überraschung, wie ich finde. Hier auf Platz 1 aktuell. Beide Spiele gewonnen. Sehen wir auch hier nochmal. 4 zu 0 gegen Braunschweig und 2 zu 1 gegen Viktoria Köln. Und Lautern hat beide Spiele verloren jeweils. Nein, Quatsch, ist schon wieder der DFB-Pokal. Hat gegen Meppen verloren und gegen Braunschweig unentschieden gespielt. Und ja, komm. 3 zu 1 Viktoria Berlin. Dann haben wir nochmal Waldhof Mannheim gegen die Würzburger Kickers. Und das dürfte es doch jetzt auch, glaube ich, langsam gewesen sein, oder? Ja, ein Spiel, das sich hier im unteren Bereich... Ja. Das zeigt. Leichte Vorteile, würde ich sagen, bei Mannheim. Die haben 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal gewonnen. Und deswegen sage ich hier 2 zu 1 für Waldhof. Nein, und wir sind noch nicht durch. Es kommt noch Halle gegen Braunschweig. Halle auf der 2, Braunschweig auf der 18. 2 zu 0, Halle. Und dann war es das. Dann haben wir folgende Ergebnisse für den nächsten Spieltag. Freiburg 2, Dortmund 2, 0 zu 2. Osnabrück Wien-Wiesbaden 1 zu 0, 1860 gegen Türgücü 3 zu 1. Havelse Magdeburg 0 zu 3. Saarbrücken Duisburg 2 zu 2. Zwickau-Mappen 1 zu 2. Verheil gegen Viktoria Köln 1 zu 1. Viktoria Berlin gegen Kaiserslautern 3 zu 1. Waldhof Mannheim-Würzburg 2 zu 1. Und Halle gegen Braunschweig 2 zu 0. Dann schauen wir mal auf die Übersicht und sehen, ja, an sich schon sehr, sehr gut gefüllt hier. Ein paar Leutchen fehlen noch, aber es sind noch ein paar Stunden offen, von daher alles gut. Und wenn ihr auch noch in dieser Liste mitmachen möchtet, beziehungsweise mit dabei sein möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da sind alle Links zu allen Tippspielen. Wir haben auch die 2. und 1. Bundesliga noch. Könnt ihr euch gerne für anmelden und wir sehen dann einfach mal, wie ihr abschneidet. Ich bedanke mich dann jetzt fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Video zur 2. Bundesliga wieder. Bis dahin und ciao.